Willkommen zurück, entweder zu einem neuen Part dieses Videos oder zu einer neuen Folge. Hier zeige ich einmal den Laptop, aber zunächst, ich habe nicht nur diesen Laptop heute gekauft, oder gestern besser gesagt, der Tag ist noch wenige Stunden alt, sondern auch das, das und das Gehäuse. Hier ein Schakun-Gehäuse, ganz vernünftig eigentlich. Der hat das, das hat er verwechselt, das war auch nicht schlimm. Hier war nix dabei, nur das Gehäuse an sich. Dann haben wir hier irgendein X-Silence-Gehäuse. Schönes Gehäuse, finde ich. Ist aus dem Jahr 2009 und hat mal 70 Euro gekostet. Das einzige unschön ist der Powerknopf hier, weil hier so ein Material drauf ist, was ich immer noch nicht herausgefunden habe, was es ist. Das ist so ein besonders klebriges Plastik irgendwie. Also ich war hier schon mit dieser Lederpflege, die normalerweise fürs Auto gedacht ist, weil ich ja so schwarze Ledersätze habe, die verdammt heiß werden. Vor allem jetzt gerade zur Jahreszeit, das sieht man auch noch. Ja, auf jeden Fall, wenn man da irgendwo drüber geht, dann ist das gar nicht mehr so ganz so klebrig, im Gegensatz zu hier. Also ein ganz schönes Gehäuse hiermit habe ich gar nicht gesehen. Ich habe einfach nur gesehen, okay, 5 Euro, nimmst du das und das hat auch 5 gekostet. Aber es geht hier um diesen Laptop hier. Das ist ein Terra Mobile Blablibla Blub Laptop. Der hat ein paar kleine Schwachstellen. Zum einen ist die Buchse kaputt. Der hat sich hier schon was einfallen lassen und hier eine Lüfterbuchse eingebaut. Man kann das Ding nur richtig einbauen. Eigentlich ziemlich schlau, aber das ist hässlich. Das wird auf jeden Fall noch undesponiert. Da kommt Schrumpfschlauch drum, das wird zusammengelötet. Hier, Schrumpfschlauch ist sowas. Das kann man bei Pauline bestellen, kostet 6 Euro für diese Sammelkiste. Eigentlich habe ich vorgehabt, diese Buchse hier zu verwenden. Das ganze Zeug, was hier drin ist, das sind so kleine Elektroteile. Und jetzt denkt man sich, oh, eine Nadel, ja, das ist die billigste Nadel, die man finden kann. Oder hier, oder da. Also das sind irgendwelche Teile, die ich irgendwo mal ausgelötet habe. Habe ich alle mal hier drin sortiert gehabt, aber hier habe ich jetzt sinnvollere Teile reingepackt. Zum Beispiel 9 Volt Batterien. Mikrogrillklemmen, Schrauben, Test-CPUs, Adapter, also alles ganz schön sortiert eigentlich mittlerweile. Hätte eigentlich gedacht, dass hier, dass der gesagt hat, ja, die Buchse ist kaputt. Man muss das Ding reindrücken, damit es funktioniert. Und das muss ich dann noch alles selber machen, aber das hat er schon getan. Vielleicht kriege ich die Buchse noch nachträglich da rein. Ist die zu groß, zu klein? Muss ich hier oben so ein Stück abfeilen wahrscheinlich. Ja, aber so ein Stecker dafür, der passt ja überall rein. So, und für diesen Laptop habe ich 15 Euro bezahlt mit dem Netzteil und auch den Unterteilen hier. Und jetzt denkt man sich, warum ist der Lüfter hier dran? Ja, keine Ahnung. Und hier unten drunter ist es ein bisschen schmutzig, deswegen werde ich den Lüfter irgendwann einmal abbauen und da noch so Luftlöcher reinmachen. Einfach nur, damit das besser gekühlt wird. Und ich habe das Bild einfach nur gesehen mit diesem Aufkleber und dachte, hm, entweder ein Core 2 Duo oder ein i3. Und bei einem i3, der es ja auch ist, hat sich das schon gelohnt. Und das ist so ein typisches Business-Laptop hier mit Fingerabdruckscanner. Ist ein bisschen dreckig alles. Hier haben wir sogar eine vorinstallierte 3G-Antenne, für den Fall, dass wir hier eine SIM-Karte reinbauen wollen. Typisch für Business-Laptops so ein Dock-Anschluss. Da, Terra Mobile 1540p. Eine Festplatte war nicht dabei, aber das kannst du bei 15 Euro nicht erwarten. Das große Problem ist aber, dass die Schrauben fehlen. Ich kann mal so an und dann, ja, wo sind die Schrauben? Ja, ich habe es so da, glaube ich, so in irgendeinem Döschen. In einem Döschen, ist klar. Ein Döschen. Ja, du bist mir ein schlauer Detektiv. Also, ja, ich habe auf jeden Fall noch hier Laptops, wo ich Schrauben wegnehmen kann. Nämlich diesen hier. Den habe ich ja zweimal gehabt und der ist fast kaputt. Oder der hier, der geht nicht mal mehr an. Das wertvollste hier drin ist noch die IDE 120 GB Festplatte. Dafür kriegt man noch um die 20, 30 Euro. Wenn die noch in Schuss sind, ganz gut. Frag mich bitte nicht, warum. So. Ah! Dann machst du dir die Fingerball kaputt. Jetzt weiß ich auch, ob man es verkauft hat. So. Die Leiste hier ist übrigens auch dabei, oder? Ja, sehr gut. So. Vorführeffekt. Ich habe das Ding gerade schon einmal ausprobiert. Ah, okay, man muss weiter drücken. Liegt wahrscheinlich daran, dass es nicht vernünftig zusammengebaut ist. Und die Tastatur ist auch nicht angeschlossen. F2. Deswegen muss ich hier ins Setup gehen. Da gucken wir gleich, welcher Prozessor dort eingebaut ist. Hilfe, ein Weltuntergang! Was soll das? Ich habe gerade nur so gemacht. Und hier blinken... Boah! Halt die Fresse! Das gibt es doch nicht! Raus mit dir! Hier! Das gibt es doch nicht! So, ich habe ihn ausbekommen. Ich habe gerade aber einmal Tab gedrückt. Da habe ich nämlich den Prozessor gesehen. Und es ist folgender. Nämlich der i3-2350M. Mit 2,3 GHz. Vier Threads. Maximal 16 GB RAM. Das ist ja schon ganz schön. Dann gucken wir einmal... Mensch, haben wir schon Cinebench dazu? 203 Cinebench. Ja, okay. Sandy Bridge. Aha, genau. Das wollte ich wissen. Aber gut. Das ist nicht ganz so schlecht. Ich meine herausgefunden zu haben, warum es gerade dieses hässliche Geräusch gemacht hat. Weil... Oh, es ist jetzt immer noch warm. Weil der Lüfter eben gefehlt hat. Fokus, bitte! Ja. Dann habe ich eine Festplatte gefunden mit 250 GB von Seagate. Hier, die habe ich schon etwas länger. Ich habe ja mal von diesen Dell-Mini-Dingern vier, fünf Stück gekauft, weil ich dachte, dass bei allen eine SSD dabei war. Aber dem war nicht so. Aber jeder hatte eine 250 GB Festplatte. So, und für 10 Euro kriegt man die schon fast so. Und dann... Ja, ne? Ich habe sie auf jeden Fall, sagen wir mal so. So, das ist dieser Fujitsu Siemens Laptop. Habe ja schon mal ein Video gemacht, wo ich vier Laptops gleichzeitig repariert habe. Und das ist einer davon. Ja. Und ich habe gerade meine Schraube rausgeholt und ich sehe, die passt. Na, also sobald ich hier in allen vier Ecken eine Schraube drin habe, bin ich ja schon beruhigt. Und ja, wäre auch gut, wenn ich dann die Klappe irgendwie befestigen kann. Werde auf jeden Fall jetzt das Ding einmal aufmachen, den gröbsten Dreck da rausholen, mir nochmal den Anschluss angucken, ob ich das eventuell doch realisieren kann hiermit. Und ansonsten lasse ich das einfach so, weil das ist idiotensicher. Man kann es nicht falsch einbauen und wenn man es doch falsch rum einbaut, der Anschluss, der hier drin ist, hat nur zwei Pins. Und wenn ich das Ding andersrum reindrehe, versteht sich von selber, kann es keinen Kurzschluss geben. Das ist schon mal gut zu wissen. Den Dreck werde ich auf jeden Fall rausnehmen, genauso wie das hier. Das geht ganz einfach, da braucht man eigentlich nur reinpusten, aber das wissen wir wenigstens. Und gleich ist auch schon der erste Teil der Installation fertig. Ich habe eben nachgeschaut, ob da eine DVD im Laufwerk ist, der irgendwann nicht so. Und ob der Akku noch funktioniert, werde ich rausfinden, aber ich weiß ja, ein vernünftiger Akku kostet höchstens 25 Euro für sowas. Ich habe das ja, wenn ich das vom Zeitraffer gesehen habe, alles sauber gemacht, weil hier wirklich so, weiß ich nicht, das sah mir ein bisschen nach Schimmel aus. Also jetzt muss ja eigentlich alles weg sein, weil besonders sowas hier sollte ja alles mögliche an Bakterien erstmal entfernen. Und auf dem Display waren so, weiß ich nicht, war genau das gleiche drauf und ich habe das damit einfach nicht abbekommen. Das heißt, ich musste tatsächlich hier Scheuermilch verwenden. Das sieht immer noch relativ gut aus, das Display, oder jetzt natürlich wieder. Hier unten ist noch so ein bisschen Dreck drin, aber das mache ich jetzt nicht mit sauber. Ich hoffe einfach nur, dass es funktioniert, aber das Kabel ist auch nicht heiß, ist nicht mal warm. Wo kommt die Luft raus hier? Ach da. Ja, man hört, das Ding ist gerade kaum hörbar, also wenn wir noch jetzt neu starten, können wir machen. Zack, raus. Und da ist das Ding fertig. Jetzt gibt es nur ein Problem. Gerade habe ich ja die Installation gestartet, alles lief gut. Aber es geht nicht mehr an. Wenn ich das Ding hier nehme und hier nun reinstecke, passiert auch gar nichts. Hier vorne blinkt auch nichts. Und wahrscheinlich war das Piepen gerade... Ja, nee, der Akku kann es nicht gewesen sein. So lange kann der Akku nicht mit ein paar Prozent ein Windows installieren, oder? Hm. Habe auf jeden Fall gerade mal das Kabel hier rausgenommen, wieder reingesteckt. Eigentlich müsste das irgendeine Art von... ...kleinen Funken erzeugen. Ich würde gerne jetzt nachmessen, ob da Strom durchkommt überhaupt vom Netzteil. Aber eine andere Sache verwirrte mich auch. Ich habe gerade das Kabel rausgezogen. Es war dort eingesteckt, der PC war an. Und diese kleine Leuchte hier, ne? Wenn man Strom entzieht, die Leuchte ein paar Sekunden weiter. Und würde das Ding jetzt laden, wäre das nicht der Fall. Light-on 19 Volt. Hm. Vielleicht gibt es da auch einen Kabelbruch. Hier, man hat gerade so einen kleinen Klack gehört. Das müsste man da auch hören. Also, ich muss das Ding nochmal aufmachen und die Ladebuchse mir anschauen. Okay, es geht hier nochmal weiter. Ähm, ich habe jetzt das Multimeter gefunden. Das habe ich die ganze Zeit im Auto gehabt. Und ich musste das auch sauber machen, weil da hässliche Ölflecken dran waren. Und dann stehe ich das mal hier rein und gucke mal nach, wie viel Strom da denn durchkommt. Und wir sehen, 19,2 Volt von 19 Volt, die angegeben werden, sind schon mal in Ordnung. Also, passiert dort etwas. Jetzt versuche ich mal was anderes. Das Ding läuft hier ja immer noch ein bisschen. Ich gucke mal, ob hier überhaupt irgendeine Art Widerstand gemessen wird, wenn ich einfach nur hier dran messe. Da sollte ja irgendwas kommen. Ja, wie erwartet, absolut gar kein Widerstand. No, niente nada. Habe dann auch gedacht, okay, weil das hier ja Minus sein muss, ne, also das Äußere vom VGA-Anschluss zum Beispiel, müsste das ja mit Plus oder Minus zusammenkommen, aber das tut es nicht. Warte, ich kann ja nochmal mit HDMI ausprobieren und ob HDMI irgendwie mit dem VGA-Anschluss zusammenhängt. Und es piept. Und die Anschlüsse hier hinten, da passiert gar nichts. Das heißt, sowohl Plus als auch Minus haben, zumindest so wie ich das jetzt sehe, keine Verbindung. Habe das Ganze jetzt mal auseinander gebaut und mir ist eine Sache aufgefallen, nämlich, dass hier zwei Anschlüsse dran sind. Und wenn wir so einen Pin haben, ne, dann, na, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich das Ding ja bekommen, wo dann diese schwarze Kabel an dem inneren Kabel angeschlossen wurde. Ne, und da wo nichts angeschlossen ist, das heißt dort, das ist Minus. Und das ist genau das gleiche wie das, wie das und auch wie diese vier Pins hier um drum. Da hat der nämlich das Ding wohl ausgelötet und das wurde ja mit Heißkleber festgemacht. Und das war nicht nur normale Heißkleber, sondern sogar grüne Heißkleber mit Glitzer drin. Also sehr kreativ gewählt auf jeden Fall. Tja, und jetzt stellt sich mir die Frage, soll ich jetzt einfach mal machen und einfach mal sagen, okay, da ist jetzt Minus und da ist jetzt Plus. Dieses Ding hier habe ich nämlich auch nachgeschaut, bitte fokussiere. Dieses Ding hier ist nämlich eine Sicherung. Auf jeden Fall sieht mir das sehr nach einer Sicherung aus und die ist zumindest nicht kaputt gegangen. Also ich habe hier gerade durchgetestet und wenn man die beiden Kabel jetzt zusammen macht, Continuity Tester heißt das, mir fällt gerade das deutsche Wort dazu nicht ein, dann piept es. Und das passiert in dem Fall und dieser Anschluss ist auch hiermit verbunden und kommt auch hier ganz normal wieder raus. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass er das falsch angeschlossen hat und ich vermute einfach jetzt mal, dass er dachte, ja okay, dass wäre der Anschluss so Minus dran muss, aber vielleicht ist das einfach nur ein Sensor, der dann sagt, ja, hier ist jetzt was angeschlossen. Weil das hier geht, glaube ich, soweit ich das erkennen kann, gerade nirgendwo hin. Ich werde jetzt nochmal nachgucken, ob dieser Anschluss noch irgendwo anders hingeht und wenn dem nicht so ist, ja, dann könnte man das ja vielleicht mal probieren. Dies ist ein Bild einer Buchse dort für. Es ist zwar nur der 1540, ich habe das Modell 1540P, aber wir sehen, der hinterste Pin ist das, was hier rausguckt, ne, der ist gebogen, das kann nur Plus sein. Der mittlere Pin ist Minus, nämlich das Minus, was dort drin ist und ganz vorne ist einfach nur ein Stück Plastik. Das heißt, der hat das Kabel vorne durchgerutet, geleitet und ja, hm, so, Versandkosten 9,90 Euro. Entweder bestelle ich mir das jetzt nach, was kostet das, 4,30 Euro oder ich nehme da was eigenes. Und da ist das vorläufige Test-Setup. So viel Eiskleber war da drin, eigentlich müsste ich das so als Erinnerung behalten. Das kam, das war so schwer da rauszuholen. Habe gerade noch das hier gefunden, das soll echt Gold sein, aber ich denke mal nicht, dass es das ist. Nein, dann könnte ich das ja dünn kauen und das kann ich nicht. So, ich habe jetzt hier diese billige Buchse gefunden, auch mit noch dran gelöteten Kabeln. Habe nach bestem, nach bester Möglichkeit versucht, das hier dran zu löten. So, ne? Und wenn jetzt gleich dieser Lüfter hier angeht, wenn ich dort drauf drücke, wenn ich dann Strom angeschlossen habe, dann ist eigentlich alles in Ordnung. Ja, das sieht schon mal gut aus. Der Lüfter dreht zwar nicht, es leuchtet blau. Was ist das? Das blaues Licht, es leuchtet blau. Also, geht das Ding dann schon wieder mal. Vielleicht geht der Lüfter auch erst an, wenn das Ding etwas wärmer geworden ist. Nun habe ich hier eine Buchse fixiert, die aber auch mit ein wenig Heißkleber festgemacht, anders geht es nicht. Ich habe gerade nämlich gemerkt, dass das zeitlich gar nicht mehr passt. Das soll ein Geschenk werden. Und der Laptop sollte natürlich erst funktionieren. Wenn wir das Ding jetzt einschalten, leuchtet es. Wir hören, dass das Laufwerk einmal kurz ein Geräusch macht und sofort haben wir hier auch ein Bild. Ich kann jetzt nichts machen, weil die Tastatur natürlich nicht angeschlossen ist. Aber das ist ja nicht schlimm. Und er ist endlich wieder zusammengebaut. Und es ist jedes Mal so, wenn ich einen Laptop zerlege und wieder zusammenbaue, dass ich irgendeine Kleinigkeit vergesse. Kabel für die Webcam, Bluetooth-Verbindung, oh Gott. So, es lädt auf jeden Fall. Und die Installation scheint auch nicht besonders geschädigt worden zu sein. Ah, saß, okay. Ja, hier muss da noch ein bisschen Anzeigetreiber gesucht, bla 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 bla. Das soll er gleich alles machen. Und dieses Kabel wird jetzt noch ein Update kriegen. Das wird nicht so bleiben, auf jeden Fall. Ja, ich lasse ihn jetzt aber erst mal fertig installieren. Und dann gucke ich mir noch den Akku an. 35 Minuten müssen vollständig aufladen. Na gut. Und irgendwie sieht die Auflösung dieses Bildschirms gerade gar nicht so schlecht aus. 1600 mal 900 für einen etwas kleineren Bildschirm ist absolut ausreichend. Ich habe schon PCs oder Laptops gesehen, die waren noch ein bisschen größer als das und hatten eine Auflösung von 1360 mal 700 bla. Und da sieht man wirklich, das ist schön scharf. Da habe ich hier aber nicht das WLAN-Passwort. Saß! Jetzt aber definitiv das letzte Lebenszeichen hiervon. Funktioniert alles soweit gut. Das Einzige, was nicht geht, sind die Lautsprecher, die hier eingebaut sind. Weil nämlich der Herr Vorbesitzer... Ja, also kann man schon sehen, das Ganze wurde rausgebrochen. Hier war eine Verbindungsstelle dabei. Die sitzt ungefähr hier. Und wenn ich sie jetzt einfach nicht mit anschließe, dann müsste ich ja theoretisch Ton über die Lautsprecher hier bekommen. Oder vielleicht gibt es ein Programm, was nicht nur über die Kopfhörer, sondern auch über die internen Lautsprecher, also was gleichzeitig das abspielt. Vielleicht finde ich da ja noch auf die Schnelle was. Oder die Lautsprecher sind kaputt oder nicht angeschlossen, weil ich sie nicht gefunden habe. Aber ich habe gewiss, ich habe hier drei Sachen angeschlossen. Also ein Lautsprecher müsste zumindest funktionieren. Na gut, ein Lied ist ja auch zu hören. Ähm, der Laptop ist mittlerweile schon bei meiner Mutter und sie ist damit sehr zufrieden. So bis jetzt, aber sie meinte dann auch, ja ich klicke irgendwo hin und es passiert mal was. Also vorher hatte sie irgendein HP Laptop mit einem AMD E1 oder A1, ich glaube E1 hieß das Ding. Und das werde ich dann auch bekommen und das ist wirklich verdammt langsam. Also 1,4 GHz Dual Core. Wahrscheinlich auch nur mit Hyperthreading ist jetzt nicht so das wahre. Aber vielleicht kann man damit ja später noch gut arbeiten, wenn da jetzt eine SSD drin ist. Das Ding wurde von Anfang an nicht mal mit Windows ausgeliefert, sondern nur mit Linux. Also HP, warum macht ihr das? Es ist immer schön, wenn irgendwas nicht funktioniert und am Ende des Tages oder am Ende von drei, vier Tagen dann wieder funktioniert. Und natürlich, das was ich hier gemacht habe, hätte jetzt nicht jeder so gemacht. Wahrscheinlich hätten die meisten so eine neue Buchse nachbestellt. Aber in drei Tagen, naja, man weiß nicht ob es in drei Tagen da ist. Und dann stehst du da ohne Geschenk oder musst das nur kurz vor knapp machen. Das ist dann auch nicht so gut. Und der Laptop wird jetzt keine fünf Jahre halten, das ist absolut klar. Aber sie wird damit auf jeden Fall noch viel Spaß haben und das ist erst mal das Wichtigste. Ich widme mich jetzt anderen Dingen, zum Beispiel dem da. Und man findet ganz bald auf meinem zweiten Kanal eine Roomtour. Wahrscheinlich auch schon jetzt gleich. Ich werde das hier einmal kurz einblenden, für die, die es interessiert. Und da könnt ihr auch da gleich mal ein Abonnement da lassen, wenn ihr nicht jetzt schon ein Abonnement bei mir hier gelassen habt. So ist der Backup-Kanal, so für irgendwelche anderen wichtigen Dinge, falls der Technik-Keller-Kanal mal offline geht oder so. Und ja, wenn euch das interessiert, wie das hier so aussieht, das glauben die meisten nicht. Die sehen das Video und kommen dann hier rein und dann, oh, ja, ich habe mir das viel größer vorgestellt. Ja, so groß ist das hier tatsächlich nicht. Also in Videos sieht das immer anders aus. Aber das ist für das Roomtour-Video, werde ich das reservieren. Und ansonsten, bis zum nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat oder nicht gefallen hat, lasst es mich wissen. Ja, toll, jetzt komme ich ans Nachrichten, Hein. Ja, dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mann, 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 das ist schon eine schöne Karte. Also, mache ich jetzt nur mal so. Hm. Aber das Ding verbraucht massig Strom, wie immer. Aber deswegen, so ein 600 Watt Netzteil reicht eigentlich für fast alles, wenn man nur eine Grafikkarte hat, oder? Jemand könnte auch mal bei Lidl für mich anrufen und sagen, dass das hier absolute Scheiße ist. Das soll ja eigentlich so ein Akkulötkolben sein, aber ich kann das Ding hier oben rausnehmen. Und das wird nicht mehr warm. Nur noch vielleicht irgendwann mal, wenn die Sonne günstig steht und der Mond gleichzeitig irgendwo sich verteilen. Also, ja, jetzt habe ich eine ziemlich teure Taschenlampe für nix. Und den Kassenbon habe ich nicht mehr. Zumindest habe ich ihn nicht gefunden, sagen wir mal so. Ähm, ja, das ist ziemlich doof. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.